Da muss eine Grundierung auf den Körper aufgetragen werden und dann wird mit Farbe gesprüht und der Rest ist Dekoration und da haben wir alles dabei. Von der Zitrone, über die Blüte, bei unserer Hernderschöpfung sind wir dabei, von den Leavers zum Beispiel. So, einmal Stopp, einmal Stopp, einmal Stopp.